Und bei uns geht's jetzt weiter mit den Frauen der Klasse Physik 1. E-Zeit! Der Startnummer 115 aus Italien begrüßen wir 115 von Italien, Gizia Campes. Der Startnummer 116 von Italien begrüßen wir 116 von Italien, Gizia Campes. Musik All the things that we've been through, you should understand me, like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong, I ain't gonna do nothing. Die letzte Athletin in dieser Klasse, sie kommt ebenfalls aus der Bundesrepublik Deutschland mit der Startnummer 117. 117 von Germany, Renate Neubauer. You've come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promises and a world of dreams. ...European Champion, Lady Physik 1, Karin Veit. Applaus Danke dem Markus Ladek, ich danke Klaus Hoffmann. Und ich biete die Damen 30 Sekunden freies Posing. ... ... ... ... ... ... ... ... ...